Was g'scheint, was geht o? Da sind wir wieder im nächsten Video, bzw. geht es genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Deswegen Leute, reingehauen und es geht weiter mit derer... Wir sind ein Geschütz. Ich bin schon voll fern. Ich habe jetzt noch mal das andere... Die komische Mulde wurde nicht so hart. Aber ich könnte... Jetzt noch mal den am Flatterring damit auslesen, oder? Brem, Hilfe! Schauen wir von hier unten. Unter nach vorne. Ach, schon wieder durchs Neckchen. Ganz geschützt. Na? Ja. Da geh halt her. Stell auf gern her. Stell auf gern her. Stell auf gern her. Ja. Rennen aus der rechten Seite mal hier, bitte. Ja. Rekla. Sehr gut. Ach komm, jetzt ist er wieder doof. Pass auf, scheint rechts von uns. iereary- Au 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 Au. Au Au Au. Oh wow. Oh wow, Friend, ich lieg' Hilfe. Friend, ich lieg' total, auf der rechten Seite von dir. Sehr gut. Sehr gut, aber warum? Ich habe es dort, ich habe es neu. Oh, ich habe es neu. Da kommt schon wieder zu uns, oder? So, da rinnt die Dickenhaunshäun raus ohne Ende der Molleke. Das ist die Molleke, die haunshäun rauskommt. Das ist die Molleke, die haunshäun rauskommt. Ich hab schon wieder Kaimuni, ne? Du Damische! Liegen Sie? Fällig klappen? Äh, nein, ich hab Munition braucht. Abhaben und... ...ich mich grad fuchzen werde. Ja, gleich. Noch drei Stück. Wow, 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 wow. Ich hab's erlegt. Ich hab's erlegt. Wow, das wird's mir nicht richtig schwer. Von halber da zu dritze, ne? Ah, das ist wieder übel, ey. Übel jetzt krass. Ah. Okay, das geht aber einfach weiter. Die Luft ist rein. Und dann müssen wir wieder hin. Hochwärts, hochwärts, friend. Und auf jeden Fall ein Haufen, ja. Auf jeden Fall ein Haufen Muni holen, ne? Der, der Fred, der lacht sich nur an. Was mit deinem Schütz dahinten los? Muss ich erst wieder auflaufen? Ja, ich schon. Go, 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 go. Wie schaut's aus? Wie schaut's aus? Mir gefällt's. Ist grad lach, da, hä? Ja. Locker. Ja. Das ist mehr als nur lustig. Wow. Warte, ich brauch unbedingt Hilfe. Jetzt hat er mich schon wieder vergast. Ja, toll. Scheiße. Wer soll er denn? Warte, ich komm. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Lass er mal den Abraham, dass er mir vielleicht hilft. Soll der Abraham die eigentlich schießen? Ja, ja. Schieß den weiter. Aber er könnte... Der könnte jetzt schon herkommen. Der könnte schon herkommen, ja. Der könnte schon herkommen, ja. Der könnte schon herkommen, ja. Locker, locker, locker. Voll den... Voll den... Locker, Fred. ... Perfekt. Perfekt. Wow! Habts nicht zerlegt, friend! Ja, total! Renn weg, friend! Renn weg! Nein! Der Abrahmen! Wer ist irgendwo bei dir? Wow! Ich hab's zerlegt, total zerlegt, total! Australien hat's wieder zerlegt? Ja, jetzt hätt ich gesagt, noch ein-, zweimal probieren was, und dann ist Feierabend! So, noch einmal! Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Oh, wow, wow, äh, hier! Ah, hier, vorne, ich schau, wir müssen da durch! Wenn ihr zur Schule verkehrt seid! Da, wo ich bin, friend! L, L, B! Das ist der Kleine über dem Ziel! Ja, ich fick... Ja, ich fick... Ja, Kumpel! Ja, Kumpel! Ja, Kumpel! Ja, Kau, Nina! Wir haben Feindkontakt! Wir haben noch schnell schießen, friend, gell? Ja! Ich hab ihn doch! Ohh Ente was hin! Ja! So, Fred, wie geht's denn mit der Schießerei? Hier, klappt, Fred. Jetzt hat's Abraham... Abraham... Wir schaffen das, aber. Wir sind wieder drin. Steady, Faye. Benötige Hilfe. Wow. Uns hat's absolut total zerrissen. Was? Erdschleiche. Menschlinge. Okay. Uns hat's volle Pulle zerrissen. Da vorne ist er mit der Hand. Turm repariert! So, der kam und ihm her. Turm repariert! Turm sammeln repariert! Staffel, komm! Bring ihn dran, bereit! Heftig! Wir haben Zeitkontakt! Ja. Schau! Ja genau, Abraham! Schau! Ja genau, richtig! Ja! Richtig! So schaut's aus! Was macht man? Er hat der schnitt, hat sich da vorne. Was hat er denn noch? Er hat der schnitt nach vorne hinten stehen! Okay, da habe ich ihn. Hat er vorhin in der Handkampf, der fand das doch voll so richtig. Ich werde mich sehr erinnern. Ja. Ey, dieser Schnelltyp, ne? Die legen mich da draußen auf. Ja. Ja, Mensch. Toad? Sehr nah. Fren, Fren, Fren! Oh nein, Hilfe, Fren! Musst du auch mal! Nein, mich hat es zerrissen! Ey, wir haben nicht einmal eine Minute überlebt. Nicht einmal eine Minute, nicht einmal eine! Fren, in der Regel... Der Abraum? Ja, den hat es zuerst zerlegt, aber er hat kein Muni. Ich muss mir jetzt echt Muni holen, weil sonst bringt es nichts, weißt. Was hat der übelst zerrissen, Fren? Du hast ja fast keine Zeit mehr, dass du da Muni holst, das ist das Problem, weißt. Ah, ich... ich kann schon nichts mehr machen. Oh wow, Fren. Fren ist bereit! Doe das nicht, doe das nicht, Fren, doe das nicht. Doe das nicht, Fren, doe das nicht. Das ist für mich. Der Abraham hat es volle, volle zer... Zerrissen? Fren. Jetzt wird's lustig. Ja, da lacht man. Jetzt wird's lustig. Genau. Lustig, ne? Von allem. Ja. Ja? 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 Das ist doch fast so, oder? Hat schon wieder am zerlegen vor uns, ne? So, Fren, wie schaut's aus bei dir da vorne? Bist gar nicht so hart, weißt? Nein. Gut. So. Und dann da vorne. Karten dabei! Sagt mal, Fren, klar. Hat er Fren, verfolgt das Gerät bei seinem Kerl? Hintet ihr, Fren, auf der rechten Seite, gell? Da kommt's auch her. Hintet ihr, Fren? Hintet ihr, Fren? Ja, was sollst du das? Aus, aus. Aus, aus, auch, raus! Erstig! Wir sind gut, wenn es hals fairy ist. Zerstören! Fren! Wer ist denn da? Der Abram hat da ganz schön drauf, glaube ich, da ist er. Muss er, muss er, Fred. Wichse! Mein Name, das ist übertreibend, aber dann hat's zerlegt. Hat's zerlegt denn? Optimal, locker. Was ist los? Recht, oder? What? Wow, das war wieder heftig. Wow, das war jetzt mal nicht verkehrt. Das war heftig. Klasse, klasse. Der hat ganz schön zugelegt. Der Drücker am Drücker, Fran, und einfach durchzogen das Ding. Einmal was gemacht, schon wieder kein Geld. Fran, du musst mehr wegrahmen. Du musst die Leute verarmen, verstehst du das? Ich muss mehr wegrahmen, ich muss die Leute verarmen. Ach, ich muss zuärmen, ich muss die Leute verarmen. Locker. So, das war schon wieder, Fran. Gaudi, allerwahl, hast du, oder? Oh, nein. Oh, nein. Oh, jetzt wird Hüte. Jetzt wird Hüte. Oh, wow. Oh, jetzt wird der Hüte. Jetzt wird Hüte. Wow. Wow. Fran, ich glaube, wir brauchen einen Flammenwerfer. Ich darf es noch nicht haben, Fran. Na ja, dann mal. Fran, guck auf die rechte Seite, die rechte Seite, Fran. Rechts von dir. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Fran. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Fran. Okay. Ich schaue, ob ich da irgendwo... Ja. Ah. Ich gehe jetzt auf die Rechte. Ich gehe jetzt auf die Rechte. Ich nehme mir auch noch mit der Swift. Das ist doch... ... irgendwie... ...Left, oder left? Das läuft doch erstmal. Fran, bei mir auf der rechten Seite bitte. Ich bin voll im Fett. Okay. Ich komm. Der Abram ist, komm mal, der Abram ist, komm mal. Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist wieder dieses Peace-Ding, ne? Ja, ja. Ja, das ist wieder der Abram. Wo ist der? Oh, nein, ich kann es zerrissen. Jawohl. Nein, nein. Ich kann es zerrissen. Mich hat es voll blitzerrissen. Es gibt doch nicht. Die Drecksau, die Gelbe. Da waren wir mit einem Schlammwerfer auf jeden Fall. Habe ich ja kaputt, friend, habe ich kaputt. Sind wir denn jetzt wieder da haben? Hier, rechts hoch, friend. Ich bin jetzt, ach, da. Ja, ich glaube schon, ja, 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 ja. Na, da sind wir auch nicht richtig, oder? Wir müssen da hinten durch. Ich glaube, wir müssen wirklich da richtig zuärbern. Richtig zuärbern, das heißt, richtig, ja. Schau, wir haben es, wir haben es normales Geschütz kaufen können. Ja, das ist schon. Erblickt die neue Weltordnung. Jetzt wird es lustig. Jetzt wird mehr als lustig. Eure Herrschaft ist vor allem. Jetzt wird mehr als lustig. Wir müssen jetzt, da müssen wir jetzt aber gewaltig drauf machen. Weil, sonst verstehen wir uns doch nicht. Das verstehst wir einfach nicht. Das ist das Blöberei. Ganz schön heftig, ey. Leck dir am Arsch. Ja, da ist wieder der Dicker. Oh, friend, ich habe es richtig zerlegt. Links neben dir, links neben dir. Jawohl. Jawohl, danke. Ist das los? Das ist richtig, go. Wir müssen doch einschieben, doch, in der Reihe zu finden. Ja, klar. Äh, weg. Achtung, hör auf! Oh, gut, Mann. Du Rinn-Fisch! Fendi geht's nur gut, oder? Ah, gut. Ich bin der Abraham. Dankeschön. Ich brauche Munition. Ist das wieder die dicke, oder, friend? Hast du das Ding? Du Flammenwerfer. Ich habe keinen Flammenwerfer, friend. Ich bin der Die Schlacht Das gibt's ja nicht, du Dreckzau. Das ist wieder heftig. Ja, ich bin wieder weggekommen. Hilfe! Werner, hast du es zerlegt oder? Ja, komm nicht. Ich bin ganz hart zerlegt. Der Armarm ist allein. Mit seiner Armfeuerwaffe, alles klar. Ja. Oh, wow. Da können wir... Da können wir... Nicht mehr wie Abbotten, aber zu Abbotten kann da gar nichts. Zu Abbotten? Nix. Gut, also dann, Leute. Hey, hau nein. Bis zum nächsten Video. Wir verabschieden uns. Eh... Ehre... Abfahrt. Wir sind weg. Dänzen. 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 Dänzen.